Nein, da ist Black Ops. Messer, Messer, Messer! Wo ist der? Wo ist der? Dieses Geld. Jawohl! Nein, den haben wir doch erwischt. Ja, du Holzkopf. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer ganz, ganz speziellen Zeitreise, denn wir reisen vier Jahre zurück in die Vergangenheit. Und zwar werden wir uns am heutigen Tag ein Best-of angucken aus dem Jahre 2013. 2013. Das habe ich damals gebastelt und es wird den einen oder anderen sicherlich wundern, was in diesem Best-of alles so drin ist. Nämlich auch Spiele wie Call of Duty Black Ops 2. Ja, das habe ich tatsächlich auch im Jahre 2013 gezockt und noch ein bisschen Happy Wheels. Und Moment mal, wir sind hier auf meiner... Ach, das sind die Trends. Da sieht man hier ein Video von German Let's Play. Ich wurde von Paluten runtergezogen und die... Ey, cool, die gestrige Minecraft Sky-Folge. Dann nochmal ein fettes, fettes Dankeschön. In der heutigen Folge habe ich endlich mal meine Flügel bekommen. Und wir haben unsere Magiestation jetzt endlich ein bisschen automatisiert mit dem Kolben und... Weltklasse. Darum soll es jetzt aber auch gar nicht gehen. Kommt, Leute. Paluten-Dash müssen wir nämlich eingeben. Dann packe ich mal hier meine Ohrstöpsel rein. Da sehen wir das. Paluten-Dash fails. Da sehen wir schon das Ganze. Veröffentlicht am 3.4.2013. Und das ist circa vier Jahre her. Das ist echt krass. Und wieso zeigt das Ding da unten Minecraft an? Was habe ich in die Tags gepackt? Facebook, Steam-Gruppe, Spiele, die für die Clips verwendet wurden. Minecraft, Black Ops 2 und Heavy Wheels. Oh, Moment mal. Warte mal, das gucken wir uns gleich alles an. Wir legen jetzt erst mal los hier. Oh, jetzt haben wir vielleicht mal ein bisschen mehr Speed. Oh, die Editing-Skills. Ich hatte... Ah, das ist... Komm schon. Das habe ich halt selbst geschnitten. Ich bin kein Fan von Boilthrow. Komm schon. What the... What? Rückwärts. Immer noch rückwärts. Immer noch rückwärts. Nein. Wieso hat er das denn so auf mich abgesehen? Das gibt es doch nicht. Komm schon. Das war auch so dumm. Na ja. Hero Brian war das denn. Oh, nein, nein, nein. Und tot. Oh, ein Traum mit der Schlangentechnik. Das ist einfach ganz, ganz großes Kino. Wie immer diese Wörter eingeblendet. Einfach die 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 Wörter eingeblendet. Nein, da ist Black Ops. Messer, Messer, Messer. Wo ist der? Dieses Geld. Jawohl. Nein, die haben doch ein Wisch. Ja, du Holzkopf. Oh, völlig bescheuert. Okay. Nein, jetzt. Ah, da kommen wir schon wieder. Ganz, das ist doch ein Scherz. Zack. Wie geschnitten Brot hier. Zack. Ah, Jump and Run Skills hatte ich auch damals schon. Barski. Escape the Box. Das können wir doch nochmal zum Schluss eine Runde spielen. Überlebt man doch gar... Ist ja gut. Ja, 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 okay. Nein. Ach, Pidisel, Alter. Du warst 2013 war so... War so klasse. Ja, ist ja... Moment. Die Skills. Okay, cool. Nein. Ja. Nein. Okay. No, Moment. Jetzt. Nein. Jetzt. Oh, warte. Wir müssen uns nur befreien. Moment. Nein. Wieso fände ich denn immer so blöd? Jetzt. Drehen. Oh, nein. Wir leben. Jawohl. Perfekt. 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 Moin, Leute. Du hast einen aktiven Abonnenten gefunden. Irgendwann nur noch, dass die Leute genannt wurden und haben irgendwelche Crap-Level. Es war auf jeden Fall nicht mehr so, wie es früher war. Es war auf jeden Fall nicht mehr so, wie es früher war. Noch zu Folge 98 mit einem kleinen Affen. Aber, meine Damen und Herren, das heutige Video ist ein wenig zweigeteilt. Ich muss euch mal ganz kurz ein bisschen abschrauben. So. Oh, ich muss ganz kurz ein Stativ drauf schnallen. Wo ist denn das Stativ? Leute, ich bin mehr als verwirrt. Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist denn das? Das muss eigentlich hier irgendwo sein. Aber hier ist es nicht. Das Einzige, was hier ist, ist irgendwie so ein komischer Willi hier. Dann noch die traumhafte Perücke, Alter. Kann man immer mal wieder... Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist das jetzt mal ohne Witz? Das ist doch ein schlechter Scherz. Wo ist denn überhaupt der... Achso, warte, hier. Ah, hier ist es drin. So, ich schnall euch kurz fest. Denn ich bin euch ja noch schuldig, was aus dem Schrank geworden ist. So, dann kommt mal ganz kurz mit. Denn, okay, ich hab leider momentan... Sieht ein bisschen spooky hier aus. Aber ich hab momentan hier nur so rotes Licht. Das kann ich auch momentan nicht umstellen. Weil was an dieser komischen Bridge... Alter, das sieht ja richtig creepy auf einmal hier aus. Auf jeden Fall, der Schrank ist fertig, Leute. Wattelt's. Guckt ihn euch an. Da, die Tür ist dran. Und hier drin sieht man nicht so ein bisschen. Da ist der Staubsauger. Und der ganze andere Kram ist hier oben. Da ist auch noch ein bisschen Schlüssel. Aber, seht ihr das? Da ist so ein Spaltmaß. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es da so hingehört. Ich frag mich, ob ich jetzt ein bisschen scary aussehe mit diesem roten Licht. Und dann hab ich hier vorne noch so einen kleinen Ständer aufgebaut. Da hab ich jetzt meine Jacken. Und da unten sind ein paar Schuhe. Und die Kamera laggt ein bisschen, weil das Licht hier so ein bisschen suboptimal ist. Aber sieht auch wie... Ey, so der Vergleich im Gegensatz zu gestern ist, glaube ich, ganz fresh. Also natürlich ist das Licht da oben immer noch nicht ganz wie der Heile. Aber das kann man alles auf jeden Fall mal moken. Ist schon besser, stimmt. Hier unten ist jetzt auch ein Teppich. Und ja, ich hab mal wieder Schuhe an in der Wohnung. So, Leute, ich würd mal sagen, kleines, zackiges, knackiges Video. Kleine Zeitreise. Auch irgendwie schon so eine Art Mini-Vlog. Wenn's euch gefallen hat, lasst ne kleine Bewertung da. Wenn ihr jetzt noch Langeweile habt, schaut euch auf jeden Fall die neueste Folge von Minecraft Sky an. Lohnt sich. Wir sehen uns dann morgen wieder zu neuen Videos. Habt noch einen traumhaften Abend. Haut rein. Ciao, ciao.